Er kommt sogar durch und er ist drin! Die Führung für den MSV! Sie sagt Dankeschön, den macht sie selbstverständlich, die Kapitänin. Yvonne Zielinski, MSV Duisburg, Flügelspielerin. Also meine Eltern sagen, ich habe immer schon mit dem Ball gespielt. Und mit fünf Jahren bin ich dann damals mit meinem besten Freund zum Training gegangen, habe dann mitgekickt, mir hat es Spaß gemacht. Ja, einmal ist er halt heimatnah von meiner Familie. Und ja, da habe ich die ersten Schritte in der Bundesliga gemacht. Die Mannschaft gilt immer als Kämpfermannschaft, dass man mit Herz und Seele dabei ist. Wir haben uns mega geärgert, dass wir halt leider abgestiegen sind. Und deshalb war für uns alle klar, wir wollen wieder in die erste Liga zurück. Da, wo wir hingehören, da will ja jeder schließlich spielen. Neben dem Platz für jede Mitspielerin immer ein offenes Ohr habe. Und auf dem Platz Schnelligkeit, dass ich viel rede und das Spiel auch lesen kann. Herrlicher Treffer, herrlicher Treffer von Yvonne Zielinski. Sie schnürt ihr Doppelpack. Also Angstgegner habe ich keinen. Wolfsburg und Bayern München, die zwei Mannschaften. Dass das halt schwierig sein wird und dass man da dementsprechend alles reinhauen muss. Verletzungsfrei zu bleiben. Meine bestmögliche Leistung immer auf den Platz zu bringen. Die Mannschaft zu führen. Und natürlich dann, dass wir langfristig in der ersten Liga bleiben. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport. Das war's niebensache. turbulence sind gut. Vielen Dank.